Nein, ich glaub nicht, war mit dir schon. Zombies weggemäht. Niiiiuuuu. Derzeit antwortet dich. Ja, ich glaub, die mögen dich nicht. Denkst du? Entschulde. Ja, da unten durch. Gut. Gut, gut. Schau dir die Map doch. Also der mit da! Das ist falsch Richtung. Da die Tür, die großen. Nö! Die musst du anfassen. Guck, so. So. Ich hab's angedatzt. Super. Mit Maki. Ah. Ich will. Ja, nicht randalieren. Die Fresse. Nein! Ich hab die Störung teilweise raus. Ganz vor. Also echt, was hat die gesofft? Ich hab Gras war nicht gut. Junge, was hat Chris dir beigebracht? Sofft. Nicht genug. Du. Ich wollte das da ja zu putzen. Na wei, alter! Äh. Siehst du das? Ist das Grün? Heißt für Touches an. Was? Ich. 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 Tja. Shit happens, dude. Du mach das nicht mehr. Einfach mal. Was weiß ich. Doch selbst nicht, was wir machen sollen. Ich kann rennen. Ja. Ich kann rennen. Aber ich kann rennen. Ja. Die vergeht das auch irgendwie immer. Beef burns halt, alter. Das ist ein ganz lieber Kerl. Lasse mich anstatschen. Nee, die Tür hat man. Ja. Jetzt werde ich noch auf Spanisch wütend. Reku City. Keine Ahnung, was ich den Namen ausgedacht hab. Keine Ahnung. Aber ey. Was wärs das? Was? Was? Was sollen wir jetzt eigentlich machen? Granado. Weiß ich auch. Anschließen. Jetzt drauf. Weißt du? Manche Dinge kommt. Manche Dinge. Wir wollen ab. Ach no shit, shit. Alter! Was fürn Brubber! Ohhoho! Ohh! Ohhhh! Ohhhh! Wir haben jetzt noch mal gewonnen. Schaut das weg. Ohhhh! Was ist das denn? ok da hatten wir ganz kurz sonnissen besucht gut weiter im quartext was sollen wir machen wie viel sollen wir machen und warum das irgendwo müssen wir die trich wenden modus dietrich er wird auch so 30 jahren nicht mehr gesehen nicht nach 18 und ich bin so älter wie unsere schwester ja du bist 30 30 31 sogar noch falsch nicht einfach doch auf Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Okay. Sorry, okay. Okay. Okay, okay. I'm going to try. I'm going to try to get I'm going to try. Nicht so wieder, der Kerl! Raus! Nee! Raus! Was? Oh! Papa! Wir werden angegriffen! Gut! It's every! Es ist großes Fett! Das ist eigentlich wohl nicht so! Geht doch noch jemand! Ja, wir müssen aber zweifeln! Hörst du's? Ich hab's gut! Oh cool, was ist das denn? Ich hab's sehr früh! Oh, ich hab's als Zuschauer geangelt! Oh cool! Was ist das denn? Freundin von mir! Ah, hallo Freundin vom Leia! Ah, ich freuchte irgendwas, wo man die dann enthüten könnte! Da raus! Ja, ich hör's ich nicht mehr! War aber vorher nach hier! Sehr früh, bist nur da! Ah! Oh! Ja, ich hab's wieder! Na, ne! Da ist er ja! Ach, alter, Fri! Komm, die Richtung! Weiter! Ist das einfach nur noch fette Biene oder...? O, nee! Na, weißt du, das ist doch normalerweise dünner?! Da geht! Hat die die Klauch? Ja, die hat doch... Wir haben doch gar nichts! Was man doch hier gar nichts! Ich? Ich weiß nicht, was ich tun soll! Ja, und ich läd mal das Ding jetzt durchs! Ja! Ah, ne? Äh... Haben ja ohnehin schon die Blumen geholt? Ganz männlich. Noch. Inventals folgten? Was ist das für Ding? Ah. Exklusive. Nicht nutzen. Inkludierende. So viel extra Pfeiler. Das ist relativ egal. Ja, wir warten dann beim... Und sein Armbruch kommt. Oh ja. Ganz einfach. Geben wir jetzt wieder zurück zum... Armbruch? Ja. Genau. Oh, sie folgt uns sogar. Das ist aber super lieb. Vielen, vielen Dank. Äh, ja. Ich hab sie gedötigt. Ist mir egal. Ich hab sie trotzdem gedankt. Hallo, wie geht's? Hi. Ich hab fünf Zuschauer. Na ja, richtig. Minus drei. Minus fünf. Wölf. 70. Je nach Zuschauern. Ich kann Leute nögen. Ich hab' das mal nicht gewöhnt. Ja, ich hab' das auch nicht gewöhnt. Ich hab' das auch nicht gewöhnt. Aber ich dachte unser WLAN will. Und voll neigstort. Ist das Barry oder... Die wird so... Barry. Okay. Barry Benson. Ach, das war der. von den fragen aber jesma kann der wie im dort von ja gott hast du nie die b-movie geschaut doch hat sie woher willst du das wissen aus dem selben grund warum er weiß dass du bei jana sehr gerne geschaut hast weil ich im 27 angemacht habe deswegen ich 24 jahre angemacht hast du aber sing das ist noch weil wir im main test gespielt haben gegen hoch runter und dann schief und quer der jungen weiß wie mein schiff traurig aber könnt ihr labern oder habt ihr kein bock also ist nicht böse gemeint eine blöde frage bock hast du speichern oder sicher ist sicher macht das am besten einmal geduld aufs meißen gegen uns kann man da endlich loswerden adios karlikow hatten wir das exklusiv fallen wir uns mit holen oder nicht ich würde es mitnehmen ich weiß nämlich nicht ob das jetzt irgendwie relevant ist niemand weiß ich kann schnell googeln aber das wäre einmal ich habe auch leider keinen dietrich gefunden warum hat er dietrich nicht gefunden keine ahnung aber der titel am besten aber meine ich doch nur das sieht darauf aus als ob sie gerade umgefallen ist denkst du ich glaube dir hast keinen bock mehr der hätte behoben was denn dass keiner mir gesagt hat dass du vielleicht mal an du hast auch ich ich bin ängstig ich bin ganz ich bin ein das geht mit aber jetzt alles was um nichts ist ausgeschmissen da war es doch da ich bin die die lund sieht ich sehe auch die lund jetzt ist es fahrbar können zurückgeschmeißen mal essen mal essen sagen so und 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 Ich weiß nicht, wie lange das Ding schon beim Vorschulen am Kellerlied anzuschließen, ob das so gute Idee ist. Irgendwie muss mein Immunsystem stärker werden. Also, guten Appetit. Nein! Ich wollte doch was trinken. Morgen bist du krank? Am Wochenende da ist es egal. Jo, du musst bei der Schulzeit krank sein, sonst nützt der ab nichts. Ja, guck mal. Ja, wofür. Ja, viel zu. Warum hat mir noch mal so viel... Papa, Papa! Was? Gell mal die Umbrella-Card. Also, wofür ich die... Vielleicht ist da die ID drauf. Da steht sogar ID-Karte! Wer sind denn Huse denn? Äh, kann sich das in der Lage? NTC 0394. Ich darf es mir ausschreiben. Progress! Progress! Rock-A-Dies! NTC 03? Äh, 04? Ja. Was? Ja. 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 Guck mal, Progress! 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 Es wird gecheckt. Die Sender, die ID-Number. Als wenn wir haben wir was, 30 Sekunden oder so? Wahrscheinlich. Fun fact, äh, es ist doch gewesen, kann man eigentlich bei der Handunit eigentlich nicht da irgendeinen Band-Kinke schreiben? Ja, 94. Er fasst nur noch. Alter, dieses Face. Er ist so handsome. NTC0394. Ja. Und, ähm, bei der Handunit ist kein I, heißt für kürz keine Namen, die am meisten von uns eigentlich schreiben. War 0304. W- Sie haben keine Ahnung, dass die Eid über die Scheibe nicht mehr rass, Nein, das ist die Eid hat und das ist die Eid im 침묵, nicht mehr. Das ist ein Ratsch. Bis zum nächsten Mal. Ah, nein, 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 nein. In der anderen Montag, genau. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Ich bin nicht mehr. Und Ladebild-Simulator. Oh! Nicht, wenn man in einen anderen Raum geht. Nasebürsten. Ich würde eigentlich während der Ladebild-Simulation. Gibt nix. Alter, ich anfange jetzt zu tropfen. Ich sah es dann. Da, kommt viermal. Ich muss... Ich habe ihn getrunken. Der beißt! Zieh doch runter und schieß! Der lebt nicht mehr! Dann ist er tot. Guck mal, da hängt der Progress. Ja, dann ist er tot. Alter, nachts ist es kälter als draußen. So hell wie drei Meter fällt. Was? Welcher Jupp trinkt drei Liter? Warum ist sie so? Kann nicht wissen, warum die dann immer da runter gehen. Wahrscheinlich, weil er noch zuckt. Nicht noch? Nein, guck mal, da bist du davon ausgeblutet. Was ist eigentlich schon... Was ist eigentlich schon... Was ist eigentlich schon... Ihr basiert in noch nicht mal ein paar Stunden... Mehr Chaos als sonst. Wir sind heute noch nicht gestorben und wir haben echt schon Progress gemacht. Wie? Ja, ich brauche den Druck. Es bleibt? Doch, hier. Wir haben den Druckplatz gemacht. Weiter! Bist du da? Hä? Du darfst nur lauern, die Arme! Dana ist kuschelbedürftig. Töten! Nach unten zielen! Unten! Weiter schießen! Wo ziehst du hin? Schieß! Ich hab meinen Sportlehrer heute gefunden. Nach unten! Sei tot! Ja, jetzt dürfte er tot sein. Aber Gras. Was hab ich schon mit dem Tag gesagt? WTF geht gerade ab? Warten. Hä? Wir haben den Vertrauen... Da! Warum wollte ich gerade Dana sagen? Sorry, nur Flex! Was ist das? Irgendwas hier! Stuhle! Munition! Aha! Sofa! Da... hol doch mal die... Oh, da hinten noch! Dass wir keinen Platz... Ah, der Doktor... Da war... Da war... Da war... Gib mir... Gib mir das Muni! Gib mir das Zeichen Muni! Nice! Muni! Muni! Tatsch das an! Ja! Ich tanze doch um die Wand zu sein! Ich hab nicht immer in seinen Tatschen... Ich weiß das auch in der Wand... Was ist denn da raus? Ja, in der Raufbahn so ein Tapete? Ja, in der Raufbahn so ein Tapete? Komm! Du musst besser! Warte mal, der Bus ist doch besser! Hab ich gegessen! Leia! Ja! Ja!